Yo meine lieben Abonnenten und ja, heute möchte ich euch mal zeigen wie ihr mit dem iPad, was ihr da seht, also ich nenne es immer iPad, im Black Ops 2, was man zum Beispiel kriegt, wenn ihr ne, ja wie heißt nochmal, Blitzschlag oder was weiß ich bekommt, ich kenne mich im Black Ops 2 überhaupt nicht aus, deswegen Entschuldigung. Okay, ja es ist ganz einfach, ihr müsst einfach das iPad ganz schnell wechseln, sag ich jetzt mal so und ja, irgendwann habt ihr es dann halt geschafft, werdet ihr gleich sehen, dass ihr mit dem Ding rumlaufen könnt. Ihr könnt auch messern, beim ersten Gegner, ähm, ja, sag ich halt mal so failig, habt ihr ja jetzt gesehen und ja, den zweiten Gegner, den, ja ich glaube, ja den, äh, tötet ich, sieht man jetzt auch gleich, ja jetzt. Ja, ist schon eine ganz lustige Sache, finde ich, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht, ähm, probiert es selber aus, haut rein, peace out.